Hallo, Markgeburt! Vielen, vielen Dank! Erstmal, Entschuldigung, dass wir uns leicht verspätet haben, aber wir hatten eine Komplexsperre auf der A14. Und Gott sei Dank haben wir eine gute Umleitung gefunden, die uns dann schnellstmöglichst hierher gebracht hat. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich hier sein darf heute bei Ihnen, dass ich die Möglichkeit habe, mein neues Werk vorzustellen. Mein ganz, ganz brandneues Album ist am Freitag erschienen. Ja, und einen kleinen Ausschnitt möchte ich Ihnen natürlich präsentieren. Ich bin dann auch gleich für Sie da, für Autogramme. Ich kann dann auch aufs Neualbum was Persönliches draufschreiben, wenn Sie das möchten. Ein wunderbares Geschenk für den Muttertag und auch für Vatertag geeignet. Oder sich einfach zum Selber schenken. Wunderbare Musik. 16 neue Titel, meine Damen und Herren. Ja, und der nächste, der ist bereits die aktuelle Single-Auskopplung, die schon in allen Radiostationen läuft. Und auch in den Hip-Paraden schon ganz, ganz weit vorne ist. Dank meiner vielen, vielen Fans und, ja, meines Publikums. Das drückt eigentlich genau das aus, was ich Ihnen heute zu sagen habe. Denn dieser Titel heißt ganz einfach Du!